Hoi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited Cruise 2. Yay! Pistol! Luffy hat letzte Folge ja ordentliche Arbeit geleistet und unser Team gerade noch so vor dem Untergang gerettet. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Schwebeinsel und schauen uns mal die Sequenz dafür an. Magajin-Pai! Glaube ich zumindest, sagt er, ich verstehe es akustisch nicht richtig. Kino-Ko-Bich, mit dem Schneiden Chirduzl. Er hat sich Model auf, also in der Welt und an zu einem Schiffen, anster Linke. Ich habe jetzt keinen den Knopf, aber noch nicht die Natur. Wollt ihr, was ihr euch mit ihr? Ihr habt auch noch nicht die Natur. Ich fühle mich auch an. Es hat einfach nur einen Streit! Ich bin bara der Umgbirge mit einem Kino-Ko-Ko-Ko. Ich bin ein Bruder von Ihnen, dass ich eine Verbrechenbe-Konfer, lebe, Maalabad, mit einem Kino-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Das ist nicht zu viel, dass du mit dir so viel in einem kleinen Nassimus rauskommst. Ich habe nicht viel in diesem Witz gemacht. Aber ich habe nicht mehr als das Schwierig angemeldet. Nur ein bisschen. Ich stehe dafür. Ich werde jetzt Geld verdienen. Aber ich bin ja sehr auf die Schmerzen, diese Schmerzen zu pfeifen. Ich habe das Gefühl, dass ich die Schmerzen nicht verabredet habe. Ich bin ein Kaiso-Dar. Ich bin ein Kaiso-Dar. Ich kann es dir auch ein Kaiso-Dar. testen oder beschwerst, je nachdem wie man es sieht. Ja, natürlich, jeder ist stark im Herzen, beziehungsweise wenn er ein starkes Herz hat. Und das sieht doch mal nach einer coolen Insel aus, aber es ist mehr eine absolute Hassinsel, denn das ist die Insel, die mich aus irgendeinem Grund daran gehindert hat, weiterzuzocken. Und ihr werdet auch bald merken, wieso eventuell. Ah, vielleicht, wahrscheinlich werde ich es eh so rausschneiden, dass ihr es gar nicht richtig merkt, aber ich werde es euch natürlich erklären. Ausklang! Tatsunda, yeah. Hey! Hey! Und hier gibt es die Gegner, die die Diamant-Fragmenten fallen lassen. Hier gibt es sehr viel. Die Insel ist... Ja gut, kann ich euch schlecht zeigen. So lange ist es doch nicht... Egal. Vergesst, was ich gerade tun wollte. Bam, bam, bam. No. Nein. Ihr verwandelt euch nicht. Sorry. Kämpfen wir... Ah genau, ihr seid... Ja, bam. Und? Bam. Ach, damn it. Man kann die runterwerfen. Wirklich. Bam. Reicht das? Yay. Ah. Ach so, jetzt habe ich natürlich falsch rum ausgerüstet. Wie immer. Damn it. Kampfesrausch. I want you. So. Haben wir das schon mal. Und dann noch einen Sprung. Und dann wieder ein Sprint. No. Nein, das wollte ich nicht. Stopp. Niemand treffen. Niemand treffen. Niemand da? Äh, hi. So halt. Bam. Bam. Und damit bist du weg. No. Ich glaube, ich sollte einfach mit Nami kämpfen. Ich sollte einfach mit Nami kämpfen. Was? Oder reicht das? Nein, reicht nicht. Natürlich reicht das nicht. Dial-Fragment. Ne, von denen kriegt man das Dial-Fragment. Nicht Diamant. Okay. Wenn ich dieses Dial-Fragment verbinde, wäre es ein Ersatz für ein Skype-Dial. Kleber her. Yay. Aber ist trotzdem sehr wichtig. Und müssen wir trotzdem einsammeln. Hier war, glaube ich, ein Schatz oder so. Keine Ahnung. Oh, ich habe noch meine ganzen Dings für die Bosskampf und so. Ausgerüstet. I don't need that. So. Das sollte reichen erstmal. Haha. Und ich hau ab. Tschung. Eigentlich könnte ich Luffy gleich wieder heilen. Ach, ja, warum bin ich? Die Musik ist natürlich auch wieder toll. Bam, bam. Äh, come on. Sehr schwer zu treffen, aber hey. Bam. Aha. Bitte nicht runterfliegen. No. Aha. An meinem Kampf ist raus zu stehlen. Bringt aber nicht garantiert ein Item, oder? Äh. Nö. Kann nicht sein. Cornishy. Bam, bam, bam. Bam, dadam. Oder er erhöht es zumindest die Chance. Das wäre ganz cool. Och. Och. Was soll? Ach, stimmt. Hier gibt es ja Meteore. Ne. Hä? Was war das gerade? Keine Ahnung. Bam, bam. Werden wir gleich sehen. Aha. Ganz viele. What should I do? So. Bam, bam. Äh. Nein. Hilfe. Was? Habt ihr euch gerade in Schlammpuppen verwandelt? Haben sich gerade Schlammpuppen in Schlammpuppen verwandelt? Okay. I don't care. Nee. Äh. Hier ist kein Insekt dran. Sah nicht so aus, zumindest. Auch keine. Oh. 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 Habe ich noch gar nicht erzählt. Stimmt. Habe den mal offscreen getötet und hatte die Karte. War das onscreen oder? Ach, egal. Warum müssen wir uns an dem unmöglichsten Orden angreifen? Ein falscher Schritt und es ist aus. Boah, wir sind verdammt weit oben. Ja. That's a problem. Äh. Das sind die Diener von Gott Enel. Die könnten ganz gut, ja, Diamantfragmente fallen lassen. I knew it. Bam. So. Jo. Sogar relativ leicht. What the heck? Habe ich gesagt, das ist schwer, Diamantfragmente zu bekommen? Ihr hattet recht. Die, die das, äh, dementiert haben. Dam, dam. Eindeutig ist es nicht wirklich schwer, die zu sammeln. Äh. Bam. Come on. Äh. Nein. Hilfst natürlich nicht. Ja, wieder im D.A.Fragment. Nami, du bist ganz gut. Wir haben schon Level 9. Noch mehr D.A.Fragmente. Ich glaube, ich kann mir bald das Ding bauen. So wie es aussieht. 5 schon. Ich weiß nicht, wie viel ich im Ding habe, aber... Dürften auch schon relativ viele sein. Komm, verwandelt euch. Everyone, change. Bam. Äh, was war denn? Ach so, stimmt. Da greift sie ja mit ihrem ganzen Stab an. Unlimited Venture Style. Bam, bam. No. Au. Au. Das hat ein bisschen was an Damage gemacht. Simon. What the fuck? Habe ich jetzt beinahe schon eine 100% Chance bei denen, denen ihr Item zu stehlen? Das ist ja übel. Bam, bam, bam. Yeah. Bin ein bisschen HP gesammelt. Ich glaube, das dürfte beinahe schon für die Spitzhacke reichen. Und, wenn ich mich richtig erinnere, können wir das sogar gleich ausprobieren. Mit einem der nähesten, ähm, Gummiband-Belzen-Dinger ever. Bam, bam. Nachdem wir gerade mal zwei Minuten in die Insel richtig reingelaufen sind. Bam, bam. Nein, nicht mal zwei Minuten. Ich glaube, drei Sekunden könnten wir es von hier aus wieder zurückschaffen. So. Damit die noch kaputt. Ah, ich muss dann mal ausprobieren, was die alte Goldmünze hier beim Füttern bringt. Genau. Plus eins. Aber, ich... Hat man die nicht gebraucht für irgendwas? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Bam, bam. No. Äh. Ihr habt euch wieder in euch selber verwandelt, oder? Da fuck. Die machen die Animation, als ob sie sich verwandeln würde, und dann kommt wieder eine Schlammpuppe raus. What the fuck? Bam. Bam. Und du auch noch? Yeah. Sind alle in Ordnung? Das war schrecklich. Das kann nicht gut sein für mein Herz. Äh, nee. Ähm. Wir wollen uns aber, glaube ich, erst... Bevor wir zurückgehen, noch kurz was anderes. Oder einfach noch mal mehr. Komm, wir wollen löchtern, Dina. Wann löchtern ich? Dann halt nicht. Bam. Okay. Dial-Fragmente. Ah, genau. Das sind nämlich noch diese Spinnen. Bam. Und da können wir ja noch nichts machen mit unserem Staubsauger, oder mit unserer... Aua. Spitzhacke. Bringt alles noch nichts. Da brauchen wir erst noch was anderes. Nein. Da können wir auch nicht weiter. Das heißt, es geht nur hier weiter. Nium. Ich versuche jetzt einfach nur noch zu klauen. Ja. Nochmal ein Dial-Fragment. Und wow. Gerade so ausgewichen. Nein. Au. Ach, das... Waren das die? Sind das Meteor-Pflanzen? Genau. Diese Angelstelle wird noch zum Verhängnis. Hier geht es auf meinen Wolkenmeer. Und da gibt es einen verdammt fiesen Fisch zu fangen, den man für eine Quest später braucht. Aber... Ich möchte jetzt noch nichts angeln. Das machen wir nun anders. Aber hier kommen wir uns nicht weiter. Na. Gut. Dann können wir uns zurückporten. Dann haben wir nämlich hier überhaupt nichts mehr verloren. Äh. Hier. Wafer? Ja. Thank you. Go. Nium. 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 Und hier bitte stopp. Stopp. Okay. Zurück zur Anlegestelle. Boing. Aber das war natürlich noch nicht alles, was wir jetzt machen. Wir erforschen noch, was wir jetzt neue Möglichkeiten haben. Es sollte nämlich etwas bei der Entwicklung... Nein. Ne, doch. Es war noch ein Holz. Holz, Holz, Holz. Ah, ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, ich sammle das schnell und wir sehen uns dann gleich hier wieder. Gibt's ja bei der Wüsteninsel, wenn mich nicht alles wird. Täuscht. Wie auch immer. Okay, wir sind wieder da. Und ich habe alles Nötige. Bum, bam, bam. Nice. Sehr zerstörerische Spitzhacke. Kann Steine zerkleinern, die vorher unzerbrechig waren. Yay. Kunst der Entwicklung Level 5. Nice. Pff. Nieser. Auch nice. Ähm. Ah, ja. Genau. Jetzt können wir nämlich hier weiterentwickeln. Hochwertiges Eisenerz. Wo wird das wohl herbekommen? I don't know. I couldn't think of any Orch or place. Oh, something like that. No. Egal. Schip. Haben wir das noch einmal. Und dann können wir das noch einmal kochen. Why not? Das gibt immer einigermaßen viel noch. Bei einigen. Zum Beispiel Sanji. Er hat jetzt 1000 HP erreicht. Yay. Okay. Ich würde sagen. Ähm. Wieso? Eigentlich können wir hier einen kurzen Schnitt einsetzen. In der nächsten Episode erkunden wir die Schwebeinsel weiter. Denn es gibt noch ein anderes Gebiet, wo wir noch nicht waren. Und sonst. Ja. Falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich mir viel Spaß.